Ja Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren, äh, Minecraft-Part nicht, sondern Mountain Blade. Fail. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Letzter Part, sag ich nur. Ja, das hat mir nicht so sehr gefallen. Wir sind jetzt hier wieder. Wir müssen sofort zu unserer Burg. Haben wir ja letzten Part gesehen. Könnte sonst böse für uns enden. Irgendwie ist das auch ein bisschen, naja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, das hätten wir eigentlich locker gewinnen müssen gegen den König. Aber, kann ich ja nicht wissen. Naja, also, ja, mir hilft ja auch das Königreich hier nicht. Ich bin ja nicht bei denen. Und alleine, ich hab wirklich nur 40 Leute bei mir. Und davon sind nicht mal alle gut. Manche sind auch übelst schlecht. Der Rest ist in der Burg, aber den kann ich da ja nicht rausholen dann. Also, das geht ja nicht. Einfach so. Aber anscheinend wird die diesmal nachkommen. Bietet euch... Ja, nehmen wir an. Oh, na toll. What the fuck? Alter. Hängen die jetzt echt alle hinter mir da? Und was ist bei meiner Burg? Sind da auch nochmal welche? Nein! Och, komm! Das ist doch richtig... Ach, nee, das gefällt mir echt nicht. Und ich soll jetzt hier kämpfen? Kann ich direkt aufgeben. Oder? Ich werd mal gucken. Das sind ja Nordleute. Ja, kann ich vergessen. Da vorne sind sie schon. Diese beiden Reiter nerven mich nur, weil die regen mich übelst auf. Weil meine Soldaten rennen jetzt den beiden Reitern hinterher und nicht in die Masse. Und einzelne Leute gehen da dann rein. Das ist blöd. So. Folgt mir. Folgt mir. Los. Komm. Wir werden die jetzt flankieren. Ähm... Wenigstens ein bisschen Taktik. Und jetzt Angriff. Och, komm schon. Wenigstens hat mein Pferd ein bisschen Damage gemacht. Okay, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Ey, das gibt es nicht. Warum sind die so blöd und stellen sich mitten da rein? Das sind so blöd... Das ist eine so blöde KI ohne Scheiß. Die sind richtig... Ich hasse die. Ja, die Burg müssen wir aufgeben, glaube ich, wenn das so weitergeht. Ich weiß nicht, was wir sonst machen können, weil das ist ja mal übelkacke. Warum sind denn alle bei uns an der Burg? Wollen die uns jetzt alle hassen, oder wie? Wie sieht denn das mit den Fraktionen aus? Wir haben mit drei Leuten Krieg. Ja, toll. Ja, okay, aber nur eine davon ist gefährlich. Die Wege ist, also die grünen. Ja, so gefährlich sind die eigentlich auch nicht. Keine Ahnung. Also, wenn wir jetzt die Burg verlieren, dann habe ich gar keinen Bock mehr. Also, dann macht es echt keinen Spaß mehr, das Spiel. Weil, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Jetzt gehe ich einmal kurz neue Rekruten holen, dann hängen da zwei Königreiche mit ihren besten Truppen und wollen mich übelst plätten. Also, das sehe ich aber so nicht ein, eigentlich. Hm. Ich frage mich auch was, warum waren da zwei Königreiche? Also, das ist ein bisschen übertrieben, finde ich das schon. Also, so gefährlich bin ich jetzt nicht. Ja, es war klar. Hocken sie wieder da. Königreich Norots bietet euch an. Ja, nehmen wir an. Warte mal. Dann dürfte die ja jetzt eigentlich gar nicht mehr belagert werden, oder? Nein. Aber... Okay, nice. Belagert wird sie nicht mehr. Oh ja, das ist gut. Aber dafür hängt hier immer noch irgendwo in den... In der Umgebung hängen hier immer noch die Typen rum. Müssen wir aufpassen. Aber ich kann auf jeden Fall erstmal Soldaten befördern. Yay. Und Krieger in meine Burg packen. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Okay, wir haben jetzt... Ähm... Moment. 41 Burgenschützenveteranen. Die können sich eine Zeit lang verteidigen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Aber wir müssen trotzdem jetzt aufpassen, die nächste Zeit. Ich würde sagen, wir packen hier mal richtig viele Leute rein. Ähm... Und dann rekrutieren wir und rekrutieren wir, weil das... Müssen wir mal machen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir bald mal die nächste Burg ein, damit wir unser Reich einfach vergrößern. Und einfach die Gefahr nicht so groß ist, dass da Leute eindringen. Weil so tief in so ein Reich einzudringen, ist ziemlich blöd. Weil... Naja. Weil hier dann sehr viele Truppen von uns rumrennen werden. Und ja, Truppen von uns. Wir werden uns Fürsten holen. Ich weiß zum Glück jetzt endlich, wie das geht. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ähm... Ja, aber wenigstens haben wir jetzt mal was hingekriegt hier. Speichern. Gut. Dann gucken wir mal hier. Okay, spawnen überall die Sachen. Heißt, das ist soweit gut. Ich würde sagen, Tulga müssten wir mal einnehmen. Aber das kann ich nicht ohne Cheaten machen. Aber ich will nicht cheaten. Von daher müssen wir damit noch warten. Mit dieser Burg hier. Oh, Turnier. Da machen wir mit. Ähm... 100 Dinare auf uns selber... Ähm... Kämpfen. Na toll. Ja, komm. Ich treff nichts. Oh, yeah. Och, komm schon. Jetzt triff doch mal. Ja, komm. Die treffen mich, aber ich treffe hier nichts, oder was? Okay, die stehen da schön an der Wand. Die kann ich schön jetzt alle... Ja, kann ich ja super jetzt alle. So, komm schon. Eigentlich ist das nicht schwer, ohne Scheiß. Aber der steht in der Wand. Das ist unfair. Der cheatet. So, jetzt hab ich dich. Jetzt kannst du nicht mehr schießen. Och, komm schon. Wo sind denn... Ach, ich bin gelb. Okay, ich bin gelb. Da muss ich aufpassen, dass mein Teammate nicht stirbt. Also, keine Ahnung, wenn der stirbt, was dann passiert. Ich glaube, er stirbt einfach nur und ich darf weiterspielen. Aber ich will mal nichts riskieren. Der hockt da auf jeden Fall und kann mir ein bisschen helfen. Während ich hier auch ein bisschen abgehe. Hä, ist nur dieser Grüne noch übrig, oder wie sieht's aus? Ja, ist so. Ja, komm, der hat Wurfspeere. Wie unfair. So, jetzt aber. Jetzt bist du dran, mein Freund. Nice. Wir haben's geschafft. Gewonnen. Ja, wetten wir mal wieder auf uns selber. Da können wir auf jeden Fall ordentlich was gewinnen. Und jetzt wird's hier eine epische Schlacht, oder wie? Und ich kann nicht viel machen. Toll. Komm schon, stirb. Nice. Da haben wir sie. Da können wir auch direkt unsere Wurfwaffentalente ein bisschen skillen. Ich würde sagen, wir lassen die Gegner, äh, wir lassen hier die Leute einfach mal kämpfen. Und in der Zeit, und dann die, die übrig bleiben, die töten wir einfach. Ich meine, das ist eine einfache Taktik. Das ist die beste Taktik. Und, äh, ja. So, und jetzt kann ich aber einen hier wegholen. Komm schon. Ich mache auch kein Damage irgendwie. Nice. Ich räume ab. Ah, hier können wir auf jeden Fall einiges skillen an Wurftalenten. Oh, nice. Und die stehen hier im Busch. Das ist Cheating. Das geht aber nicht. Ja, komm. Bringt mich nicht um. Ja, warum stirbt der nicht? Ja, komm. Ja, komm, der stirbt aber auch nicht. Das ist unfair. Und meine Teammates helfen mir nicht. Oh man, die Runde wird schwer. Ja, ja, komm. Sehr gut. Da haben wir auf jeden Fall einiges geleistet jetzt. Wir haben nur noch acht Speere. Ich würde sagen, wir bleiben mal hier und... Guck mal. Können wir die nicht aufheben irgendwie? Weil hier liegen so viele rum. Hm, vielleicht von den Toten die Waffen aufheben. Dann haben wir vielleicht so einen Bogen oder so. Ich müsste mal gucken. Liegt hier irgendwas rum? Da liegt ein Schild. Oh. Können wir das aufnehmen? Übungspferd. Ja, okay. Übungspfeile. Okay, das sieht schon besser aus. Hm. Aber ansonsten irgendwelche Waffen. Liegen hier Waffen rum? Pferd. Pfeile und Dings habe ich bisher gesehen. Schild. Oh, oh. Da hatten wir gerade was. Nice. Da haben wir wieder mehr. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal ein bisschen auf Jagd. Wo sind denn hier noch... Da. Ganz fies. Hocken so. Alle von dem einen Team hier. Nein. Ja, scheiß Pferd ist im Weg. Gut, wir können hier auf jeden Fall einige... Leute wegholen. Ich denke, das können wir gewinnen. Das können wir gewinnen, das Turnier. Das wird spannend. Wer ist denn jetzt noch übrig? Der Blaue da. Und... Da vorne steigt gerade jemand ab. Den holen wir uns. Würde ich mal sagen. Aber der versteckt sich hinter Pferden. Nice. Gut, jetzt noch der da im Blauen. Ja, nice. So muss es sein. Also, wir können uns hier auf jeden Fall hochtrainieren mit den Waffentalenten. Und... Ähm... Ja, dann gucken. Oh, schön. Ja, wir haben jetzt schon 2000 gewonnen. Und... Ich würde sagen, wir kämpfen jetzt wieder. Und ich habe wieder Wurfspeere. Na super. Egal. Ich lasse wieder die Leute kämpfen. Und danach töte ich die Überlebenden. Ich reite hier einfach mal so ein paar Runden im Kreis. Ich denke, das ist okay. Können wir auch noch ein bisschen hier Reitabenteuer erleben. Ist das nicht toll? Ja. Egal. Aber in diesem Part haben wir schon mehr geschafft. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir noch mehr. Und dann wird er schon. Aber ich müsste, glaube ich... Also, hier nach nehme ich noch einen auf. Und dann mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause. Also... Und dich habe ich jetzt. Komm schon. Okay, ich kann aber hier meine Talente steigern. Also, das ist sehr nice. Also, das Turnier gefällt mir echt gut. Dafür mache ich auch gerne mal die Folge ein bisschen länger. Heißt, eigentlich ist sie jetzt schon vorbei. Aber ich würde gerne jetzt hier noch ein paar Runden... Was heißt ein paar Runden? Doch, ich beende mal an dieser Stelle einfach. Ich kann ja mittendrin beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nächstes Mal werden wir das Turnier zu Ende spielen. Bis dann. Tschüss.